Ah, ich glaube mit dem Projekt bin ich jetzt ein bisschen beschäftigt. Ist ja auch mal wieder was Schönes. Ein Projekt, das einen beschäftigen kann. Nicht so kurzweilige Dinger. Und die Erdkiste wird für wirklich hübsch leer. Es dürfte hoffentlich reichen. So, ab geht's. Ab geht die Luzi. Luzi. So, tu es so? So, so, so. So, 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 so. So, so. Dann muss ich noch Cobblestone holen. Mit dem ein bisschen rumbasteln. So, experimentierfreudig sein. So. Ich baue hier schon wieder wild rum. Ich dürfte hier mal ein bisschen mit System arbeiten. So, fahrbar. So, wie Lotto-Systeme, ne? So, dann habe ich hier. Da, da, da. So, dann bin ich hier voll. Habe ich es eh gleich geschafft. Dann habe ich die Erde voll hingebastelt. So. Ich bin hier schon wieder so still, weil ich hochkonzentriert bin. Auch wenn es nicht so aussieht. Und da wird man halt ein bisschen stiller. Ich will hier gucken, dass ich so schnell wie möglich die Kacke hier vollkriege. nicht, dass ich euch zu Tode langweil, weil ich hier meinen Spaß mit rumtrecken habe. Hier die ganze Zeit mit Erde spiele. So. So. Haben wir eh schon. So. Fehlt ja eh nicht mehr viel. So. Da ist ja die Sache eh schon so gut wie erledigt. So. Das Kratz wächst auch schon munter drauf. Ich glaube, ich mache ab hier auch noch. Und ich habe hier ab hier ungefähr dicht. Und sieht das, glaube ich, besser aus. Dann hat man noch ein bisschen mehr Fläche hier. So. Nein. So. Da muss ich mal die Erde gegen Cobblestone austauschen. Dann geht es mit dem weiter. Man kann, glaube ich, noch gar nicht erahnen, was ich vorhabe. Das finde ich auch gut so. So. Dann wird der Spannungsbogen ausgereizt, bis er platzt, äh, bis er reißt. Hoppala. Wollte ich eigentlich hier haben. Äh, huch. Falsche Tasten erwischt. So. Tap, 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 tap. Ich hoffe, das reicht an Cobblestone. So. Und ich würde sagen, es ist schon wieder dunkel. Wieso auch immer. Deswegen gehe ich mal schlafen. Und ich versuche noch, das Projekt zu beenden hier. So. Und das so schnell wie möglich. Wie gesagt, ich muss ja noch die Folgen schneiden. Heute haben wir dann eigentlich viel dekorative Arbeit nur geleistet. mehr nicht. Hilft ja nicht. Muss ja auch mal sein. So. Und mach ich hier mal Stein. Jetzt schaffe ich hier mal. Oh, ich habe eine Lücke entdeckt. Eine Lücke im System. So, dann kommt hier noch ein bisschen was weg. Da ist auch eine Lücke im System. Das gibt es ja nicht. Wo kommen hier die Systemlücken überall her? So, 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 so. Muss ja nicht symmetrisch werden. Ich bin da nicht ganz so pingelig. So, dann kommt hier. Ach, ich deb. Was mache ich denn hier? Na, komm. Dann ziehe ich hier mal ein Mäuerchen. So, und hier geht es weiter mit dem Mäuerchen. Bin ich eh schon hier oben. So. Dann mache ich hier so ein Ding rein. So, dann kommt da. Eine Reihe Stein rein. So, dann vollenden wir hier mal. Ach, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich hätte noch nicht mal zumachen dürfen. Scheiße. Nein. Ich brauche die Spitzhacke. Habe ich nicht dabei. Verflucht. Lauf, Forrest. Lauf. Viel schneller. So werde ich nie fertig. So. Wenn ich hier nur am Kackebaum bin. So. Ich brauche die Spitzhacke. 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 Nein. Ach, die letzte Kiste. Bin ich blöde. Spitzhacke. Die auch schon hübsch im Propos ist, ne. Aber was soll's. Ich hätte noch warten müssen mit dem Stein. Mit dem Stein. Serie Papierprinzlieb. So. 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 Jetzt weise ich das nochmal weg. Da bin ich sowieso verkehrt gewickelt. Muss ich ja da auch noch Stein reinhauen. So. 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 So passt es jetzt mal fürs Erste. Hier kommt auch noch so ein Ding rein. Nein. So. So. Gefällt mir das schon. So. Wieder mal einen Aufstieg machen. Nicht, dass ich hier einen Fehler bastle. Wäre ein bisschen blöde. So. Gleich habe ich's. Ja. Gleich habe ich wieder einen Fehler gebastelt. Oder. So. Tür, Tor. Hier. So. Nein. So. Zack, zack, zack. Dann kriege ich die Erde auch mal wieder. So. 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 Dann mache ich hier. So. 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 Habe ich das so mal. Dann. Kommt hier noch. Eine steinige Decke rein. Eine Steindecke. Aber erst mal die letzte Fackel. was ich noch habe hier platziert. Hey. Das ist die erste Fackel, was ich heute platziere. Glaubst du es nicht? Ist ja auch mal schön. Ist ja auch mal schön. Kein so ein Fackelverschleiß hier zu haben. Ist eigentlich recht ungewöhnlich bei mir. Ich brauche eigentlich generell viel Fackeln. Aber da habe ich nicht lange gefackelt und brauche mal nicht so viel, ne? Und dann gehen wir hier. Ziehen wir hier in den Graben rein. So. Ich hoffe, der war nicht so weit. Nö. Passt. Dann kommt hier noch so ein Graben rein. so. So. Passt auch. So. Ich könnte hier noch einen Koppelweg basteln. Na, ich glaube, die Erde, die ich wieder rausgehauen habe, die kriege ich, oder die ich verpflastert habe, die kriege ich wieder. Hilft ja nicht. Das tut man nicht für die Optik. So. Ach ja. So bauen wir einfacher. Nein. Außer wenn man wieder hier doppelt so hoch baut. Alles gewollt. So. Gut, die Seitenwände könnte ich dann auch noch irgendwann mal machen. Aber Betonung liegt auf irgendwann mal. So. Jetzt brauche ich hier mal meine Wassereimer nochmal. Oh, ich könnte was essen. So. Ja, so kann man es auch machen. So kann man sich sehr schön den Wanst voll haben, wenn man es so macht. So. Ist lustig. So. It's a fun. Eimer. Jo. Eimer. Was mache ich hier? So. So. Ich treffe momentan immer so schlecht die Türen. wie so ein Türen. Wie so ein Türen. Das gibt es doch nicht. So. Jetzt glaube ich hier mal ein bisschen Wasser. So. 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 Dann könnte ich noch schnell so ein bisschen. So. So. ist der auch was für Deko Elemente. So. 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 Ich glaube ich. Ich glaube ich. Türen. So. 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 hier rein. So. So. So.